Was geht, meine Freunde? Willkommen zurück. Vlog Nummer 8, 9 oder 10, ich bin mir sicher. Es wird ein kurzer Vlog, ich hätte ihn eigentlich fast vergessen. Ich muss jetzt los, habe nämlich Geburtstag und muss morgen noch wieder arbeiten, also habe noch einiges vorzubereiten. Ich habe dementsprechend auch die letzten zwei, drei Tage gefressen wie die Sau, um die letzten freien Tage noch mal zu genießen. Wie so in Urlaub, ab Montag geht es dann wieder los, fünf Tage Woche etc. pp. Deswegen noch mal Freitag, Samstag und heute noch mal schön baggern. Dementsprechend kommen wir zum Formcheck und das ist meine Entschuldigung, dass die Form nicht so gut geworden ist. Ich habe eigentlich, ja gut, man kann jetzt sagen, ich habe jetzt zugenommen. Ich war bei 111,2. Das liegt doch daran, dass ich jetzt wirklich zwei Tage gegessen habe, der Magen voll ist. Ich habe Wasser gezogen, das wird Montag, Dienstag, Mittwoch wahrscheinlich wieder raus sein. Und dann geht es straight weiter die Diät. Also verzeiht mir die drei Tage, die ich noch genießen wollte. Und ja. Sonst habe ich einen zweiten Channel aufgemacht für meine witzigen Videos. Da habe ich auch schon ein neues hochgeladen mit meiner Tochter zusammen. Hallo meine Freunde. Das war das Video und da könnt ihr jetzt alle meine witzigen Videos finden und auf dem Channel hier halt wirklich nur Sachen, die mit Sport zu tun haben. Damit ich das so ein bisschen separated habe und die Sachen sich nicht gegenseitig blockieren. Sonst ist nicht so viel passiert, außer diese drei Cheat Days. Die Woche, ich bin mal morgen wieder arbeiten. Im Fitnessstudio bei Kiesa Training, da gab es ja die Regeln jetzt, was man im Fitnessstudio darf oder nicht. Man kann ohne Maske und Handschuh trainieren, muss den Abstand wahren, eineinhalb Meter. Keine Duschen, Umkleiden, nur begrenzt und und und. Aber so viele Einschränkungen sind es nicht. Ich habe schon in vielen Facebook-Forenen und so gelesen, mit Maske trainieren. Unsere Grundrechte. Jaja, die nach den Grundrechten jetzt schreien. Das sind die, die noch nie an der Wahlurle gestanden haben, eine Partei gewählt haben. Das sind die Liebsten. Aber egal. Soll es nicht viel passiert. Ich muss jetzt los. Es wird gegrillt gleich und dann werde ich abends hier noch schön den letzten Tag genießen und morgen wieder ins normale Leben zurückkommen. Ist auch ein relativ kurzer Vlog. Ich kann das Handy auch kaum halten. Ich habe den Stick nicht ausgepackt. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Nicht viel. Ab morgen dann nicht mehr zu Hause trainieren, denn dann wieder beim extra fit oder im Kiesa-Training. Everyday Joggen muss ich auch schauen, ob das noch möglich ist. Ich werde auf dem Joggen auf jeden Fall beibehalten. Ich mache mir heute Abend Gedanken, wie ich es weitergehe damit. Ich möchte dann viel lieber im Fitnessstudio wieder trainieren, wo ich dann versuche auch einige Videos heimlich zu filmen, dass ihr mich da mal beim Training seht. Das war's mit dem Vlog für heute. Nicht viel zu sagen. Ich muss auch mich ein bisschen beeilen. Ich wünsche jedem einen schönen Start in die Woche morgen. Schleckt euch nicht an und genießt die Zeit, wieder ins Fitnessstudio zu gehen. Kurzer Tipp, geht nicht zu den Stoßzeiten. Es wird wahrscheinlich todesvoll sein. Bye, bye.